Verehrte Zuschauer, wir laden Sie nun ein zu einem Monumentalfilm aus dem Jahre 1960, König der Könige. Erzählt wird in aufwendigen Bildern die Lebensgeschichte Jesu. Aus der bekannten Hollywood-Stars standen dem Regisseur Nicholas Ray 20.000 Komparsen zur Verfügung. Die Städten des damaligen Palästina wurden für die Dreharbeiten in Spanien rekonstruiert. Sehen Sie jetzt also den Film König der Könige. Die Städte der Könige 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 Die Städte der Könige